Herzlich willkommen zu meiner Soundwise Review. Soundwise, worum geht's? Hier geht es darum, dein Podcast, dein E-Learning-System für Audio, deine E-Books, was auch immer du mit Audio zu tun hast, an den Mann respektive an die Frau zu bringen. Ob sich Soundwise lohnt oder nicht, schauen wir uns jetzt an. Ich liebe euch schon relativ lange damit, vielleicht einen Podcast zu starten, habe aber immer das Problem, ah, dann liegen alle Daten bei iTunes oder bei Google Play, das muss ich alles separat pflegen. An die Kontakte komme ich dann auch nicht wirklich, die liegen dann ja bei iTunes oder bei Google Play, da habe ich selber auch nicht so viel davon. Es wäre also eher ein Prestigeprojekt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, über Soundwise das Ganze in eigene Hände zu bekommen und nicht nur das, mehrere Fliegen mit einer Klatsche zu treffen, denn ich kann alles in eigener Hand behalten. Ich kann an die Kontakte kommen für alle, die meinen Podcast hören wollen. Ich kann diesen Podcast aber gleichzeitig auch auf iTunes und Google Play launchen, sodass ich hier keine Mehrarbeit habe. Wofür könnte man Soundcasts benutzen? Ich kann hier zum Beispiel Audiokurse, Audio-Trainings verkaufen. Ich kann das kostenlos anbieten, aber auch verkaufen. Ich kann hier, wie gesagt, Kauf-Content oder privaten Content anbieten. Das muss nicht unbedingt dann zu verkaufen sein. Es könnte für Podcaster auch alle die hören, die sich einfach nur in meine Liste für diesen Podcast eintragen. Außerdem kann ich hier meine Audiobooks verkaufen oder kostenlos zur Verfügung stellen, das Ganze dann bundeln als Pakete und dann entsprechend ein Audio-Paket mit verschiedenen Alben anbieten. Das Ganze klingt sehr spannend und ist vom Prinzip sehr einfach. Ich lade meine Daten hoch, ich optimiere das Ganze etwas, dann lege ich einen Preis fest, kostenlos, kostenpflichtig, kann jeder hören oder nur mit Anmeldung und dann kann ich meinen Brand aufbauen oder eben auch Geld verdienen. Das Ganze läuft über eine Web-App. Das heißt, jeder kann über den Rechner in das System kommen und dann entsprechend meinen Podcast hören. Es gibt dafür aber auch eine sehr schöne Apple-App und auch für Android-Geräte gibt es die entsprechende App. Die sind natürlich kostenlos. Die Auslieferung funktioniert den Kommentaren entsprechend reibungslos. Was das Geniale daran ist, dass ich nicht nur die einzelnen Audio-Tracks habe, die dann der Kunde hören kann. Ich kann zu den Tracks auch Material hinterlegen. Also zum Beispiel, ich rede über irgendein Topic und kann dann dazu ein PDF hinterlegen, das beispielsweise nur der lesen kann, der sich angemeldet hat. Und auf diese Weise kann ich natürlich meine Marke viel besser aufbauen. Ich bekomme die Leute wirklich dazu, sich anzumelden oder ich kann hier ein Bundle schnüren, habe dann hier meine kostenlosen Kurse drin, habe dann aber den Premium-Kurs vielleicht, der dann kostenpflichtig ist. Neben der Monetarisierung habe ich dann ein sehr einfaches Content-Management. Heißt, ich habe alle meine Audio-Files in dem System liegen, kann diese jederzeit neu ordnen, bundeln und auch über verschiedene Plattformen ausliefern. Also zum Beispiel an iTunes oder an Google Play, denn hier gibt es ja eine große Community. Eine Strategie wäre an der Stelle beispielsweise, ich habe meinen Podcast auf iTunes laufen und sage dann, hey, pass auf, ich habe passend zu dem Thema ein schönes Handout oder ein schönes E-Book, weiterführende Materialien für dich hinterlegt. Den Link zu meinem Podcast, zu meinem eigenen Soundcast auf Soundwise findest du in der Beschreibung. Und so könnte man die Leute durchaus bei Apple und Co. akquirieren und dann in das eigene System bringen. Wie kommen die in das eigene System? Entweder über ein Formcode, also über eine Anmeldeseite. Die Anmeldeseite wird zur Verfügung gestellt. Da meldet sich dann der Podcast-Zuhörer an und bekommt dann den Link zu den Apps oder er kann direkt über den Desktop hören. Ich habe aber auch die Möglichkeit, hier ein Anmeldeformular zu bekommen, das ich dann auf meine Seite bringe. Also habe ich ein eigenes Bezahlsystem. Dann habe ich die ganz normale Abwicklung über PayPal, Stripe oder Sofortüberweisung, was auch immer du nutzt. Und die Danke-Seite leitet dann auf meine geschützte Seite mit meinem Anmeldeformular zu dem Podcast. Oder ich nutze komplett das System, denn das System wickelt auch die komplette Zahlung ab. Sprich, hier hätte ich tatsächlich eine Landingpage von Soundwise. Und da ist dann auch der Kauf-Button und jeder, der kauft, kommt automatisch in mein System und wird für den entsprechenden Podcast angemeldet. Das Ganze ist natürlich GDPR entsprechend in Ordnung, saubere Abwicklung. Und jetzt stellt sich die Frage, was kostet der ganze Spaß? Zwei Sachen, einmal der normale Preis und dann ein derzeitiges Angebot. Der normale Preis liegt bei 15 Euro. Je nachdem, wie viele Soundcars, wie viele Episoden ich habe, staffelt der Preis sich entsprechend hoch. Das Besondere ist, für alle, die jetzt zügig sind, es gibt hierzu derzeit einen Deal. Den habe ich jetzt mal gekauft, weil das für mich ein sehr spannendes Angebot ist. Denn für einmalig 99 Euro. Ich habe meinen Hauptaccount. Ich kann aber unlimitiert viele Admins hinzufügen. Ich habe keine Transaktionsgebühren, wenn Soundwise für mich den Verkauf übernimmt. Und ich habe hier unlimitierte Audiodaten, die ich speichern kann. Unlimitierte Zuhörer, die ich haben kann. Ich kann unlimitiert meine PDFs, Texte, Bilder hinzufügen. Ich habe mein OnClick RSS Feed mit drin. Was ist das? Ich kann an dieser Stelle zum Beispiel meinen YouTube-Kanal abonnieren. In Soundwise und immer, wenn ich ein YouTube-Video veröffentliche, wird der Ton davon extrahiert und automatisch als Podcast-Episode veröffentlicht. Sehr geniale Idee. Das ganze Ding ist wirklich ein echt gutes Angebot, denke ich mal. Dazu kommt noch hier ein kleiner Bonus, was auch in diesem Tarif drin ist. Das ist sonst nur in den teureren Tarifen drin. Das ist ein Soundwise Video Creation. Was soll das heißen? Ich habe nur mein Audio-File. Ich kann dann aber ein Hintergrundbild festlegen. Und dann werden quasi Audio-Waves passend zu meiner Stimme generiert, dass, wenn jemand das über den Browser sieht, nicht so langweilig ist. Ja, ist das eine Spielerei. Das wäre jetzt nicht der Grund für mich, das zu kaufen. So, schauen wir uns jetzt das Ganze einmal im Backend an. Wie gesagt, wer das spannend findet. Ich würde Sven dann jetzt nehmen, denn dieser Preis ist sehr genial. Die Kritik ist sehr gut. Und ich schaue mir jetzt mal das Ganze im Backend an, ob es wirklich so gut ist, wie es klingt. So, ich bin hier in meinem eigenen Account und wie ihr seht, habe ich noch nicht viel gemacht, nämlich gar nichts. Was habe ich für Möglichkeiten? Gar nicht so viel und das finde ich eher positiv, denn das macht das Ganze sehr übersichtlich. Ich kann meine Soundcasts erstellen. Ein Soundcast stell dir vor wie ein Album. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Audiobook sein. Das kann eine Abfolge von Podcast-Episoden sein. Das kann auch ein Kurs sein. Also völlig egal. Ein Soundcast ist immer eine Kollektion von Audio-Files. Das ist es eigentlich schon. Neben einzelnen Audio-Files kann man auch Bundles erstellen. Das heißt, habe ich mehrere Soundcasts, kann ich diese zusammenfügen. Habe ich zum Beispiel ein Podcast zum Thema E-Mail-Marketing, ein Podcast zum Thema Social Media, ein Podcast zum Thema SEO, kann ich ein Bundle Online-Marketing oder digitales Marketing erstellen, wo dann alle Podcasts drin sind. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Ich starte hier ganz einfach und erstelle meinen ersten Soundcast. Dazu gebe ich einen Titel an und das nenne ich jetzt mein Marketing-Podcast. Der Ganze kann privat sein oder auch public. Dieser soll jetzt public sein. Eine kleine Beschreibung dazu. Alles rund um dein Marketing rum. Jetzt können wir eine Kategorie dazu auswählen. In diesem Fall passt am besten Education oder Business. Dann kann ich hier jetzt ein Cover-Art festlegen, also irgendein Hintergrundbild. Das sollte zwischen 1400 und 3000 Pixel groß sein. Und hier ein paar Bullet-Points festlegen. Was lernt der Kunde? Also wir reden über SEO. Wir reden über E-Mail-Marketing. Wir reden über Erfolgsstrategien. Was auch immer. Und da kommt eine lange Beschreibung, worum es in meinem Podcast geht. So, jetzt können wir uns selber hinzufügen als Host. Also ein Bildchen von uns. So. Speichern. Name. Hier kann ich eine Beschreibung hinzufügen. Ich kann auch mehrere Hosts einfügen. Auch interessant. Und jetzt kann ich hier, das ist auch sehr schön, ein Intro oder ein Outro-File hinzufügen. Das heißt, für jede Episode, die ich jetzt hinzufüge, wird dann automatisch mein Intro abgespielt oder mein Outro. Ich habe jetzt derzeit weder ein Intro noch ein Outro, also lasse ich das erstmal leer. Ich kann jetzt aber hier meine Preise festlegen für diesen Soundcast. Wenn ich sage, gut, ich möchte es verkaufen, Paypal, dazu muss ich als erstes meinen Zahlungsanbieter verknüpfen. Solange ich das nicht habe, kann ich das nicht an- und ausschalten. Was habe ich sonst noch? Ich kann die Kommentare an- und ausschalten. Und das ist zum Beispiel eine ganz tolle Funktion. Ich kann nicht nur passiv mein Audiobook abspielen, sondern die, die das hören, können hierzu auch kommentieren. Ich baue also in gewisser Weise innerhalb meines Podcasts eine eigene Community auf. Finde ich sehr spannend. Außerdem kann ich die Publikationsdaten anzeigen oder nicht. In meinem Fall möchte ich das nicht. Wäre eher so ein Evergreen-Podcast an der Stelle. Und ich kann dann zeigen lassen, wie viele Leute schon diesen Podcast abonniert haben. Das mache ich erstmal aus, weil ich habe noch keinen. Das sieht ein bisschen traurig aus. Habe ich mal irgendwann mehr Abonnenten, dann schalte ich das an. Gut, sobald sich jemand anmeldet, bekommt er hier ansprechend die E-Mail. Hey, vielen Dank für deine Anmeldung. Und er bekommt dann die Links zu seiner iPhone, zu seiner Android-App. Das gleiche sieht er auch gleich auf dem Bildschirm. Er bekommt es aber auch nochmal per Mail geschickt. Und den Text kann ich natürlich hier frei bearbeiten, sodass das Ganze auf Deutsch und für meine Zielgruppe passend ist. Dazu meinen eigenen Footer und alles, was man so braucht für seine E-Mail. Okay, im Prinzip ist damit mein Soundcast schon fertig. Und ich speichere mal den ganzen Spaß. Okay, mein erster Soundcast ist fertig. Da ist er. Ich habe jetzt noch kein Hintergrundbild. Das muss ich nochmal machen. Reicht uns aber an dieser Stelle, denn das Nächste, was wir machen wollen, ist eine Episode hinzufügen. Denn darum geht es. Wir wollen jetzt unsere einzelnen Soundfiles hochladen. Und dazu gehen wir auf Episode hinzufügen. Wählen aus, wo soll unsere Episode eingeordnet werden. Wir haben jetzt nur ein Podcast, das macht es einfach. Wir können natürlich auch hier sagen, soll diese Episode öffentlich verfügbar sein oder nur für die Leute, die sich dort angemeldet haben. Und dann laden wir unsere Episode hoch oder wir können auch direkt hier unsere Episode aufnehmen. Dazu klicken wir auf das kleine Zeichen, sagen zulassen. Und wie wir sehen, können wir jetzt hier unsere wunderbare Stimme einsprechen und unseren ersten Soundcast aufnehmen. Stopp, speichern und damit ist unser erster Mini-Soundcast aufgenommen. Meine Empfehlung wäre allerdings, das nicht hier zu machen, sondern nehmt lieber ordentlich auf, schneidet euren Soundcast, euren Podcast ordentlich und dann könnt ihr den per Drag & Drop hier reinladen. Ich lasse das jetzt mal an dieser Stelle. Dann gebe ich hier einen Titel ein. Das ist meine Test-Episode und Test mit Aufzeichnung. Jetzt kann ich hier noch einen Action-Step hinzufügen. Das ist eine Nachricht, die ich dann meinen Abonnenten zeigen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben. Zum Beispiel weitere Infos findest du unter https-designers-in.de oder was auch immer man als nächste Schritte hier vorschlagen möchte. Dann kann ich zusätzliches Material hinzufügen und das finde ich sehr genial. Ich kann hier zum Beispiel ein PDF hinterlegen, ein Bild hinterlegen oder was auch immer. Ich hinterlege mir hier mal ein kleines Bildchen von mir. Zack, das ist dann eine Grafik. Und jetzt liegt dieses Bildchen als Notiz. Das kann natürlich ein PDF sein mit weiterführendem Material, eine Grafik, eine Infografik. Was auch immer wir hier anhängen wollen, können wir direkt an diese Episode kleben. Und natürlich können wir auch pro Episode ein Cover-Bildchen festlegen. Wähle ich mal irgendein Bildchen aus. Vielleicht ist es nicht schon wieder mein Gesicht. Nehmen wir mal was anderes. Und während dies hochlädt, schauen wir uns nochmal an, was wir sonst machen können. Wir können hier unsere Abonnenten benachrichtigen, dass wir einen neuen Soundcast veröffentlicht haben. Sagen, hey, pass auf, wir haben was Tolles. Dann werden diese automatisch über diese neue Episode informiert. Und dann können wir hier noch ein bisschen Audio-Processing vornehmen. Also, wenn vorne zu lange leer ist, das entsprechend wegschneiden. Wir können hier die Lautstärke unseres Podcasts nochmal anpassen. Also, dass alle unsere Episoden gleich laut sind. Wir können hier unnötige Pausen rausschneiden und sagen, gut, wenn die Pause länger als so und so für Sekunden ist, dann soll die rausgeschnitten werden aus unserem Pfeil. Und wie gesagt, auch hier können wir natürlich vorne und hinten ein Intro und Outro hinzufügen. Ich habe jetzt keins angelegt, deswegen geht das an dieser Stelle noch nicht. Und dann bin ich mit meiner Episode durch und sage, speichern. Und das ist meine erste Episode. Und auf diese Weise füge ich jetzt meine ganzen Episoden hinzu und baue mir mein eigenes E-Book fertig. Und letzten Endes war es das auch schon. Was haben wir sonst noch an Information? Wir können hier entsprechend weitere Episoden hinzufügen. Wir können hier einsehen, wie unser Soundcast, wie unser Podcast funktioniert. Wir kriegen hier unsere ganzen Subscriber aufgelistet. Denn das sind jetzt, und das ist gerade das Spannste an der Geschichte, ja, die Subscriber in unserem System. Das ermöglicht uns jetzt auch, dass wir zum Beispiel den Leuten, die sich zu unserem Podcast angemeldet haben, auch eine Nachricht schicken können, direkt auf ihr Handy. Zum Beispiel, hey, wir haben eine neue Episode und dazu passend haben wir diesmal auch eine Videoserie. Oder lade dir dann dazu das kostenlose E-Book runter. Oder auch ein Angebot. Dir hat die Episode XY gefallen? Wenn du sie noch nicht gehört hast, hol das jetzt nach. Und dazu gibt es dann den kostenlosen Aufbau-Workshop oder den kostenlosen Audio-Kurs. Wir können hier also wirklich Marketing-Maßnahmen ergreifen. Und das macht das Ganze natürlich super spannend. Publisher, das sind dann wir an dieser Stelle. Wie gesagt, wir können mehrere Publisher haben. Hier geben wir alle Daten ein, die dann zu uns passen. Transaktionen haben wir noch nicht, ist noch nichts passiert. Payouts gab es logischerweise auch noch nicht. Promotion haben wir noch nicht gemacht. Integration, das ist der API-Key. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mit Mailchimp verknüpfen wollen, sagen, jeder, der sich bei uns einträgt, soll auf unsere Mailchimp-Liste kommen. Ich hoffe, dass hier nach und nach mehr Anbindungen kommen. Und dann haben wir hier die Informationen zu unserem Account. Und das war es letzten Endes. Wie sieht das Ganze jetzt im Frontend aus? Das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Gehe ich mal zurück zu unserem Podcast. Und hier haben wir dann eine Landingpage, die automatisch erstellt wird. Und die können wir sofort nutzen. Hier ist jetzt derzeit nicht viel drauf. Das müsste man jetzt alles ein bisschen schöner machen, die Texte ordentlich schreiben. Aber vom Prinzip habe ich meine Cover-Grafik, meinen Beschreibungstext. Dann kann sich hier der Zuhörer direkt anmelden. Er kann die Seite teilen. Ich habe hier nochmal meine weiterführende Information. Das sind die Bullet-Points, was der Kunde bekommt. Unten habe ich dann meine Auflistung der einzelnen Audio-Files. Dazu müsste ich jetzt allerdings ein Audio-File mal veröffentlichen. Ich gehe nochmal zur Episode und bearbeite diese und sage Publish Now. Okay. Damit diese Episode auch wirklich verfügbar ist. Und jetzt gehe ich hier mal zurück. Und wie wir sehen, ist jetzt hier meine Episode angekommen. Und die kann ich dann auch direkt hören. Je nachdem, wie die Einstellungen sind, ob das nun öffentlich ist, kann ich direkt dann schon hier meine Episoden hören oder auch als Vorschau hören. Oder ich bekomme jetzt hier die Info, dass ich mich anmelden muss, um dann mit Soundcast zu starten. Dann habe ich hier noch meinen Host. Beliebte Fragen. Und ja, möchte ich starten? Ja, möchte ich an der Stelle. Und komme dann dort zu meiner Login-Seite. Der ganze Spaß ist kostenlos. Wenn ich kostenpflichtig habe, dann kommt entsprechend hier die Aufforderung, dann die Zahlung vorzunehmen. In diesem Fall ist der Podcast von meinen Einstellungen her kostenlos. Der Kunde kann also direkt starten per iPhone, per Android oder auch auf seinem Desktop Access Your Soundcast. Und dann ist der hier. Da sind alle Soundcasts, die er abonniert hat. Und hat jetzt hier alle Informationen hinterlegt. Kann den Soundcast starten. Wunderbar. Hier unten eine große Leiste, die mir zeigt, wie lang dieser Soundcast ist. Habe dann meine Beschreibung dazu und meine Notes. In dem Fall hatte ich ja mein Bild als Anlage. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass ich jetzt hier entsprechend PDFs, Links und so weiter hinzupacken kann. Das geht in vielen Systemen ja nicht. Und das ist ja gerade das Tolle, dass ich nicht nur Audio habe, sondern auch andere Daten hinterlegen kann. Und vorzugsweise sollte man sich natürlich überlegen, dass man hier Links reinpackt, die auf dem Handy gut funktionieren. Denn 80, 85 Prozent der User nutzen nicht den Desktop, sondern das Handy. Die Apps sind sehr gut, haben eine gute Bewertung in den verschiedenen Stores. Ich gehe mal wieder hier zurück. Und im Prinzip sind wir hier jetzt angekommen. Das ist Soundwise. Was ich jetzt alternativ noch machen kann, wenn ich diese Landingpage nicht nutzen möchte, ich kann natürlich auch meine eigene Landingpage bauen. Gar kein Problem. Die baue ich so, wie ich das haben möchte. Und dann bekomme ich hier nur ein Opt-in-Formular, was ich dann nutzen kann und auf meine Seite bringe. Die füge ich dann in meiner Seite ein. Und dann bekommt er entsprechend ein Opt-in gezeigt und kann sich dann dort in das System anmelden. Eine letzte spannende Sache möchte ich jetzt auch noch mit auf den Weg geben. Wenn ich hier meinen Podcast bearbeite, habe ich hier eine etwas versteckte Funktion Create a Podcast Feed. Diese Funktion ist aber meines Erachtens extrem wichtig. Denn ich habe hier ein RSS-Feed. Was bedeutet das? Ich kann diese URL nehmen. Was kann ich mit dieser URL machen? Ich kann hier Submit the Feed to iTunes and Google Play eine Verbindung zu iTunes und Google Play aufbauen. Dort hinterlege ich dann entsprechend diese URL. Und immer, wenn ich hier etwas veröffentliche bei Soundwise, wird dies automatisch auch bei meinem Podcast bei iTunes und Google Play veröffentlicht. Das heißt, ich muss das nicht alles manuell machen, sondern ich kann hier wirklich alles innerhalb von Soundwise aufbauen, hier meine Daten hochladen und dann automatisch meine anderen Profile mitbestücken. Das ist natürlich extrem interessant, wenn man hier mehr Reichweite erreichen möchte, aber nicht mehr Arbeit haben möchte. Okay, das ist das grobe Prinzip hinter Soundwise. Es gibt hier noch viel mehr Möglichkeiten, mit dem System zu arbeiten. Wie gesagt, ich kann hier YouTube-Videos direkt in mein System reinholen. Also veröffentliche ich ein Video, wird daraus automatisch ein Podcast gebaut. Das ist natürlich super praktisch für alle YouTuber. Hier kann man dann, ja, neben dem Video auch gleich die Audio-Solution anbieten. Finde ich eine tolle Idee. Und das Ganze muss natürlich nicht kostenlos sein. Ich habe hier auch die Möglichkeit, einzelne Podcasts, eigene Audiobooks oder das Ganze als Paket, als Bundle zu schnüren und dann zu verkaufen. Das Ganze geht natürlich über den Browser oder auch mobil. Dazu kann ich dann mein Promotion-Material anlegen, um meine Produkte entsprechend besser zu verkaufen. Natürlich geht das Ganze in Euro und so kann ich dann mein Podcast nicht nur zum Aufbau meines Brains nutzen, sondern auch, um Geld zu verdienen. Und das ist immer eine spannende Sache. Wie gesagt, vom Preis her lohnt sich die ganze Geschichte. So oder so, denke ich. Derzeit gibt es dazu ein Angebot bei AppSumo. Für 99 Dollar lohnt sich das meines Erachtens auf jeden Fall. Jeder, der hier über Podcasts nachdenkt, über Audiobooks nachdenkt, der Online-Kurse als Online-Audiokurs anbieten möchte. Also dies ist eine spannende Variante, auch neben den Videokursen, die möglicherweise sowieso schon von dir erstellt sind, hier dann eine zusätzliche Option, einen Audiokurs als Erweiterung, als Bonus anzubieten. Oder man nimmt den kompletten Videokurs und macht daraus auch ein Audiobook. Denn viele wollen zwar die Inhalte haben, aber wenn es vom Inhalt möglich ist, das dann auch unterwegs zu hören, beim Joggen, im Auto oder irgendwo, dann ist das eine tolle zusätzliche Funktion, die man als Coach, als Berater seinen Kunden anbieten kann. Ich hoffe, die Review hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlass mir einen Kommentar. Wenn du auf YouTube bist, Daumen hoch, abonnier den Kanal, schau dir meine anderen Videos an. Mich würde es freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ciao, der Marco.